Intro Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu dem 16. Part von YouTuber Mario Brothers U Deluxe auf den Nintendo Switch. Beim letzten Part haben wir nun die letzten drei Level da vor dem Schloss noch beendet. Wir hatten ein paar Problemchen, sag ich jetzt mal. Ich war übrigens schon beim Pilzhaus. Ich hab da einen Stern und einen Pilz geholt. Und das war ja dieses Kästchen-Dingsbums. Ist auch sowieso egal. Und heute fordern wir jetzt noch schnell Ludwig heraus, bevor wir wieder ins Pilzschloss gehen. So, Ludwigs Uhrwerkfestung. Ludwig hat mich schon bei Mario Brothers Wii schon aufgeregt. Ich dachte mir so, ist das jetzt der finale Boss oder warum ist er so kompliziert? Also, war er als Kind, konnte ich ihn damals nicht be- Keine Sorge, ist noch aufwärmen. Boah, okay, Glück ab. Oh, warte, da oben müsste noch was sein. Deswegen ist er auch riesen Knochen-Trocken da. Sagt sich doch aber im One-Up. Besser als nichts. Heute ist Luigi dran. Auf jeden Fall. Und wollen wir mal sehen, ob er heute es hinderkommt. Ich dachte, da wäre vielleicht... Boah, shit. Ich dachte, da wäre schon eine Grube da zwischen diesen Dingern hier. Aber ist es nicht. Okay, das ist aber dafür ein gutes Zeichen. Okay, schnell. So. Dann wollen wir mal sehen, ob er... Hm, schade. Oh, ich kann mich ja... Der Fettsack da drüben. Ich muss das ausnutzen. Starcoin! Das ist schon wie bei Domtendo gewesen. Wie konnte... Das ist so ähnlich wie bei Domtendo gewesen. Das ist jetzt mir nicht wirklich passiert. Da muss ich jetzt aufpassen. Okay. Weiß ich wenigstens schon mal Bescheid. Obwohl... Ich hätte es auch anders machen können. Ich bin ja auch ein Vollidiot. Ist halt so. Okay, diesmal verliere ich ihn nicht. Hm? Diesmal verliere ich ihn nicht an dich. Ja? An dich auch nicht. An dich auch nicht. Okay, vielleicht doch. Aber... Das war knapp. Oh, shit, 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 shit. Kann man... Oh, das geht sogar. Okay, das habe ich eben nicht wirklich gewusst. Wow. Wow. Also entweder sterben oder Eisblüme verlieren. Und die Antwort ist gar nichts davon. Gehen wir gleich weiter. Warten wir jetzt noch auf ihn? Oh. Okay, ich habe es ja... Okay, an ihn habe ich es anscheinend verloren. Okay, warten wir noch ein Momentchen. Wir werden auf ihn springen, damit wir es machen können. So, und? Ja, okay. Noch gut gegangen. Nicht, dass es nochmal passiert wäre. Aber ich habe es anscheinend an einem guten Moment bekommen. Schon mal ein gutes Zeichen. Was ist hier? Nichts. Okay. Nein! Ich dachte gerade. Aber da war anscheinend ein Fettsack da drüben. Da oben ist er. Gut. Rote Münzen würde ich jetzt nicht einsammeln. Hm. Okay, das war meine Schuld. Das war jetzt wirklich meine Schuld. Weil ich dachte, ich würde es noch schnell hinbekommen. Aber die ersten zwei Star Coins sind safe. Solange ich kein anderes Level spiele. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich da auch den dritten Star Coin holen. Warten wir jetzt mal auf ihn. Gut. Dann einmal fürs erste Knockout. Boah. Shit. Ich schwöre, hier ist irgendwas noch. Hm. Anscheinend doch nicht. Warten wir kurz. Okay. Nee. Was ob. Ach so, lol. Ich hab vergessen, dass sie mich zerquetschen können. Ich dachte schon, ich wäre so breit wie ein Schrank. Aber auch Schränke können durch irgendwas kaputt gehen. Ja stimmt, wenn ich gerade überlege. Luigi ist ein Lauch. Kein Schrank. Der Schrank bin ich. So sagen einige. Aber ich mein's ernst. Also sagen wirklich so einige. Dass ich wie ein Schrank bin. Aber so sicher bin ich... Scheiße, er hat mich... Er hat mich kurz gestoppt. Schnell, 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 schnell. Okay. Geschafft. Geschafft. Nice. Okay. Eisblume safe. Also irgendwo. Oh, da oben kann's gehen. Wenn wir jetzt irgendwie... Hm. Okay. Schauen wir mal. Ah, verstehe. Verstehe. Wollen wir mal sehen. Hm. Das muss was bedeuten. Der Starcom wird safe kommen. Okay. Nicht. Auch nicht. Nein. Wie jetzt? Als Maul. Als ob da kein Starcoin war. Da war die Röhre, genau. Äh. Wow. Verpiss dich. Ich hab doch gesagt verp... Ach so. Der wäre... Äh. Ich glaube... Okay. Ich glaube, ich hab's herausgefunden. Der ist... Ja. Da ist er. Ah, der ist auf der anderen Seite. Okay. Okay. Äh. Dann machen wir das gleich auch so. Oh lol. Den kann man auch einfrieren? Hä? Das wusste ich ja gar nicht. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass man ihn auch einfrieren kann. Das wusste ich halt echt gar nicht. Okay. Okay. So. Geschafft. Cool. Ludwig. Ich komme zu dir. Lars Gaming. Ich komme zu dir. April. Ich komme nicht zu dir. Nicht Spaß. So. So. Der letzte Kooperling. Bis auf Bowser Jr. Mal sehen. Vor allem. Äh. Ich weiß nicht, ob es jemanden kennt. Die. Äh. Wow. Der mit 3. Der mit 3. Das ist der hier. Ich wusste es. Weil. Da muss man doch herausfinden, welcher der echte ist. Und da gibt es halt nur die Möglichkeit, dass man herausfindet, ob da. Oh schade. Ich dachte, ich könnte ihn noch schnell erwischen. Dass irgendwo ein Fehler ist. Hier vom Aussehen kann man das nicht. Nur von den Strahlen. Und das ist natürlich wieder der rechte. Also wer es noch nicht kennt. Die Super Mario Bros. 3 Serie. Die Cartoon Serie. Ähm. Dass Ludwig von Koopa Cookie Pie. Äh. Ne. Doch Cookie heißt. Und äh. Ein Mädchen ist. WTF. Sehr. Äh. Also selbst wirklich bei der Anleitung angeblich. Das habe ich bei einem Video von Shimtex gesehen. Dass äh. Da die Namen immer noch drauf sind. Also Morten. Lemmy. Larry. Ludwig. Wendy. Iggy. Äh. Roy. Und so weiter. Und in der Serie heißen die einfach komplett anders. Vor allem Morten heißt Großmaul. Ich kenne die Serie schon. Aber da klang Ludwig wie ein Junge. Und da habe ich ihn auch als Junge gesehen. Und zwar bei Netflix. So. Oh stimmt. Es gibt noch ein Luftschiff-Kampf. Ja. Es geht noch beim Luftschiff weiter. Habe ich voll vergessen. Oh. Äh. Er grabbt mich. Äh. Bitte mich nicht so richtig krass begrabschen. Okay. Vergessen, dass er ja die Bowser-Hand benutzt. Ich muss ja auch noch die Star-Coin sammeln. Uff. Was ist eigentlich hier drin? Achso. Wäre einfach nur die Eichel. Achso. Okay. Oh nein. 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 Er hat mich. Er hat mich. Vergessen, er hat mich doch nicht Glück gehabt. Wollah. Jetzt hat er kurz ein bisschen auf. Vergessen. Er will jetzt komplett kaputt machen. Oh. Schon wieder eine Eichel. Aber ich brauche die jetzt gerade noch nicht. Das ist natürlich Bowser Jr. Weil Bowser Jr. benutzt auch die Haaren. Weil. Äh. Bowser ist natürlich im Schloss. So eine. Weil er zu faul ist, um die Arbeit zu machen. Zum anderen. Äh. Weil Bowser Jr. einfach nur fitter ist. Weil. Bowser Jr. ist nicht so fett wie Bowser. Aber er wird fett wie Bowser. Da die. Äh. Also wirklich. Weil sonst fragt sich halt wirklich. Jeder wer die Mutter ist. Und bei Sunshine wurde. Also hat Bowser gelogen. Indem. Er sagte. Dass Peach. Die Mutter ist. Das natürlich sehr weird ist. Okay. Warten wir noch kurz. Und da ist der zweite Starcoin. Den holen wir noch. Okay. Schon schwer gleichzeitig das zu steuern. Natürlich. Aber was soll man da machen? Auf den habe ich gar nicht aufgepasst. Gut. Dann. Oh. Wieder am Mikrofon gekommen. Obwohl ich eigentlich in diesem Part noch gar nicht am Mikrofon gekommen bin. Okay. Dann das erste Mal eben. Das war mein erstes Mal. Dass ich mein Mikrofon in diesem Part angefasst habe. Erstmal. Bisschen chillen. So. Dann schön nach oben. Nur aufpassen. Es kann auch von oben natürlich was kommen. Oh lol. Oh nein. Ich hatte gerade das Gefühl, dass da der Starcoin ist. Nee. Okay. Glück gehabt. Der war hier oben. Okay. Ich dachte schon, auf einmal der wäre da im Nebel gewesen. Wie halt sonst ist. Und dass einiges im Nebel gehüllt ist. Aber Glück gehabt. Warten wir noch. So. Okay. Auf zu Bowser Jr. Glaube ich zumindest. Achso. Okay. Ich glaube, ich weiß, worum sich der Kampf handelt. Also, wie der Kampf ist. Ja. Dachte ich mir schon. Er wird Bonbons auf mich werben. Safe. Das war doch das. Nein. Als ob. Shit. Yes. Hatte Mensch. Bis auf die, die da schon kaputt sind, werden wieder normal aufgebaut. Oh oh. Was hätte ich vor? Lol. Ein Treffer fehlt, glaube ich, noch. Yes. Wusste ich doch. Ich wusste doch, dass ein Treffer noch gefehlt hat. Let's go, guys. Luigi stürzt. Schwarzblende. Okay. Tja, so leicht kriegst du mich nicht, Digga. Stattdessen hast du das Raumschiff, äh, Luftschiff zerstört. Ha. Wer hat hier die Flasche? Du Flasche. Das habe ich schon mal gesagt, aber wenn Jux. Wo ist die Explosion? Ach, da. Schon besser. Yay. Oh, da ist er wieder. Okay. Die erwarten mich. Es geht weiter. Und alle Star Coins. Sehr gut. Schon mal. Noch ein Level für später freigeschaltet. Okay, gespeichert. Und sieht auch alles gut aus. Weil ich habe immer noch so ein schlechtes Gefühl bei meiner Capture Card. Aber zum Glück ist es nicht so. Eins, zwei, drei, vier. Vier Level. Naja, fünf, um genau zu sein. Da oben geht es auch noch weiter. Ja, hi. Und jetzt machen die Despenst dazu. Was? Okay. Ich glaube, es gab hier Secrets. Soweit ich weiß. Gut, egal. Machen wir einfach gleich das allererste Level. Nehmen wir gleich den Stern mit. Magma und Meteoriten. Oh Gott. Vor allem, ich spüre schon langsam, dass es schon von der Story her vorbei ist. Muss ich vielleicht hier rauf. Hm, ne. Wahrscheinlich nicht. Aber die Musik kenne ich noch. Von Mario Brothers Wii. Vor allem, ich kann mich halt noch erinnern, dass, wie soll ich jetzt sagen, da gab es doch, glaube ich, beim ersten Level ein Achterbahn-Level. Und ich habe es geliebt. Echt jetzt. Das Level mochte ich halt. Auch, wenn ich öfter gestorben bin. Gut. Erster Starcoin. Safe. Außer, wenn ich den Checkpoint noch nicht erreiche, dann muss ich ihn halt nochmal holen. Aber wie Jux. Ah. Okay. Erster Starcoin. Jetzt wirklich safe. Fehlt nur noch der zweite, wo auch immer der ist. Mal sehen, wo der überhaupt ist. Das ist halt wirklich schon eine Frage. Eine Frage der Perspektive. gefunden. Nein. Ach, deswegen hätte ich... Ach so. Deswegen hätte ich es nicht machen sollen. Da hatte ich mir schon irgendwie einen Kopf. Mach es nicht. Weil du solltest lieber auf die Meteoriten warten. Hatte aber keine Lust zu warten. Ich bin jetzt so ein ungeduldiger Mensch. ungeduldig. Also unge... Un... Ne. Eigentlich wollte ich... Ach, scheiß drauf. Ist auch jetzt sowieso egal. So, probieren wir es einfach noch einmal. Hier nehme ich nochmal den Fels für mich. Sehr gut. Diesmal mache ich... Äh... Nicht... Warte, ich muss extra hier stehen. So geht's. Oh. Okay. Okay. Fehlt nur noch ein Starcoin. Die Frage ist... Wo ist der? Ist er vielleicht irgendwie hier oder so? Kann überall sein halt. Warten wir noch. Bis er einmal... in der Lava war. Ach, das heißt, er müsste... Ach so, der ist da drüben. Nein. Als ob. Und wie? Hä? Was? Hä? Was? Was ist da gerade passiert? Ich schwöre, ich habe... Ähm... Von meiner Perspektive aus, wenn man so spielt, nach rechts gemacht. Äh, nee, nach links sogar. Okay, das wollte ich jetzt gerade selbst nicht. Aber irgendwie ist er einfach selber gegangen, obwohl ich es nicht wollte. Vor allem, wie soll ich jetzt den Starcoin holen? Gute Frage. Nächstes Mal. Pff, nächste Frage. Also den zweiten kann ich ja le... Ich kann ihn leicht holen, genau. Leicht holen. Mensch. Schauen wir gleich hier nach. 18 Starcoins. Das heißt, es gibt noch ein Level. Oder so. Okay, da sagt er auf einen P-Switch. Okay. Also den wir ja vorhin eingeschaltet haben. Man soll ihn ausnutzen. Mh... Oh. Ist hier wirklich ein Secret Exit? Und da gibt es dann noch ein Level. Als ob... Das heißt, ich muss theoretisch auch zweimal das Level beenden. Okay. Das weiß ich schon mal Bescheid. Ähm... Ist eigentlich egal, was wir jetzt machen. Aber ich glaube, ich werde jetzt einfach beides machen. Das heißt, die Starcoins als auch den Secret Exit. Ähm... Dass wir schon mal das hinter uns haben. Auch anders gesagt. Ich werde einmal mit den Starcoins das Level normal beenden. Und dann auch einmal mit den Starcoins... Äh... Pff. Mit den Secret Exit. Ja, ich hätte eigentlich auch da warten können, aber... Bin jux. Bin jux. Etinator macht alles auf seine Art. Oh, shit. Shit. Ich warte lieber. Oh, Mann. Oh, puh. Als ob. Ich dachte, ich wäre gestorben. Äh... Na gut. Dann halt nicht. Oh, oh, oh. Schnell weiter. Weiter, 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 weiter. Als ob. Als mal. Okay, dann, äh... Gut, nutzen wir das schnell aus. Nein, du scheiße Mist! Stück! Ich mach noch das fertig. Ich mach es noch fertig. Leider hab ich aber... Ich hab nur einen Mini-Pelze und das wird mir nicht viel bringen. Hm. Da muss ich halt jetzt mehr aufpassen. Ich muss halt Speedrun-mäßig machen, als auch, äh... No Damage, das sag ich jetzt so. Okay. 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 Ich warte So hat man es doch im Video auch gemacht Natürlich gibt es hier keine Koopas Die mir helfen können Oh, jetzt Mario natürlich Dieser Part ist für Luigi Nicht für Mario Und der ist auch für meine Zuschauer Auch nicht für Mario Oh, schade Wollte ich einfach mal probieren Oh nein Sonst hat er kein Item rausgespuckt Und jetzt hat er wenigstens einen Pilz rausgegeben Okay, das ist wenigstens was Gutes Ich kann es noch nicht mal sagen, wie ich mich fühle Ich glaube, ich mache einfach schnell den Secret Exit Dann machen wir ja beim nächsten Mal Die scheiß Star Coins Nee, scheißegal Ich werde die Star Coins machen Oh, warte Ich mache lieber so Okay Wenigstens, dass ich noch das habe Der wird zwar jetzt kein Item rausspucken Aber anscheinend macht er es wirklich zur Not halt Okay, das ist ja auch Meiner Meinung nach okay Okay, das war jetzt sehr knapp Hä? Halt's den Maul Oh, da Nein Gott Ich Ich fange langsam an Erst was Sonst eine kleine Idee Nein Ich habe doch Mario Halt's Maul Okay Okay Hat jetzt Nicht viel Gebracht Vielleicht ist hier was Ja, dankeschön Dankeschön, Mann Oh Okay Ging doch gut Oh lol Ich habe direkt beide erwischt Ah Ich kann einen benutzen Nein Halt's Maul Oh Gott Ich habe doch einen Wandsprung gemacht Aber nein Der will es ja nicht Der will es ja nicht Halt's Maul Hey, Teenator kann mich mal Ich mache jetzt den Secret Exit Ich schwöre, ich mache jetzt einfach den Secret Exit Das fuckt mich ab Wir machen bei den nächsten Partys die Starcoin Ich habe gedacht Dass nicht Also ich habe nicht gedacht Dass diese Welt die schwerste gerade ist Also die, die mich am meisten abfuckt Ach ne, ich kann wenigstens den Starcoin entsammeln Halt's Maul Oh shit Ach Vor allem das fuckt mich auch ab Wenn ich so Manchmal springe ich Und dann geht er so richtig weit nach vorne Und dann auch manchmal so voll langsam Als würde so richtig starker Wind auf mich kommen Okay, ich dachte schon Der würde auf einmal den P-Switch zerstören Ich könnte das Mikrofon kaputt machen Aber ich mache es nicht Weil es teuer ist Das heißt, dass hier ist ein wieder So langer Part Aber wen juckt's Hauptsache Ich mache Die Kacke Bye bye Oh Here we go Here we go Wer hätte ich überhaupt dieses Scheiß-Level hinbekommen? Ich glaube, die Antwort ist nein. Ich beende es. Also ich meine, nicht das Projekt. Ich meine, ich werde dieses Scheiß-Level beenden. Egal, ob ich den letzten Starcoin habe oder nicht. Warten wir erstmal. Ach, heizt den Aul. Alter, ich bin vollkommen umzingelt. Nein, als ob. Ja, als ob. Als ob. Als ob das passiert ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gotcha, bitch. Leute, das war's mit dem Part. Ich beende es. Das Level. Die Secret-Excel machen wir im nächsten Part. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis dann, Leute. Estado dabei. Da. Da. Bis zum nächsten Mal.